Okay, hier blicke ich eh schon lange nicht mehr durch, hier haben wir ja die Ampel mit hingesetzt, hier würde ich aber auch eher ein Stopp-Schild haben, statt ne Ampel, ähm, sonst ist hier jetzt auch überall Stopp. Hier muss Stopp her, ach guck mal, die ist zum Beispiel gar keine Vorfahrtsstraße hier jetzt, oder? Vorfahrtsstraße, Vorfahrtsstraße, oh doch, Vorfahrtsstraße, warum war die Vorfahrtsstraße hier weg? Vorfahrtsstraße, Vorfahrtsstraße, und jetzt wird das nicht mit dem Loch, da ist auch noch eine Vorfahrtsstraße, hier, Vorfahrtsstraße weg, Vorfahrtsstraße weg, hier, hier ist es noch. Okay, warte mal, ist das auch noch? Weil ich reingelangt habe, oder? Weil ich reingelangt habe, ah Mist, kein Stopp-Schild, kein Stopp-Schild. Jetzt ist es keine Vorfahrtsstraße mehr, weil ich reingelangt habe, ah, okay, hier, jetzt müssen wir nochmal alles kontrollieren, kein Stopp-Schild, weil es ein Kreisverkehr, äh. Oder waren, schaut alles gut aus, hier auch, hier, nicht mehr, das schaut wieder nach purer Eskalation aus, keine Ampel, ein Stopp-Schild. Ja, auch keine Ampel, nur ein Stopp-Schild. Stopp, 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 äh, ist hier kein Stopp-Schild, hier ist eh nicht so viel Verkehr, hey, hier sind Ampeln überall, können auch weg. Sehe ich gerade so, machen wir dann gleich mal weg. Habe ich wieder vorhin vergessen, ha? Ah, Gottchen. Stopp. Ähm, jetzt müssen wir die Autobahn hier kontrollieren, äh, tut, 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 tut. Schaut alles gut aus, hier. Schaut auch alles gut aus, hier habe ich das Stopp-Schild. Ähm, müsste eigentlich alles passen, ha? Auch auf die Auffahrt ein Automat das Stopp-Schild bekommen, okay. Okay, hier unten, der Kreisverkehr auf keinen Fall Stopp. Hier der Kreisverkehr auch auf keinen Fall Stopp. Und genauso wie hier auch auf keinen Fall Stopp. Hey, Feuerwerk. Okay. Okay. Wir haben übrigens 74.000 Leute und Wachstum. Hier ist fertig gewachsen. Wir könnten hier oben unser Industriegebiet mal, äh, noch ausbauen. Müsste eigentlich ganz gut hinhauen. Hier noch. So, müsste eigentlich jetzt auch überall so ein Strom hinfließen. Weil ja auch alles so weit abgedeckt ist mit Strom. So, ob das Eck da oben, das lassen wir erstmal noch. Dann kann hier die Industrie noch ein bisschen wachsen. Wir müssen uns dann ernsthaft mal überlegen, wo wir dann als nächstes ein bisschen ausbauen. Ich tendiere wirklich, dass ich hier ein Kreuz hinsetze. Für die Insel hier oben und für die Insel hier unten. Habt ihr übrigens noch Arbeiterprobleme? Überhaupt nicht mehr. Gut. Gut, der eine hier. Eine. Eine einzige Firma hat Arbeiterprobleme. Sehr gut. Hier eskaliert es auch ein bisschen mehr im Verkehr. Ist bereits überlegt. Da habt ihr euren Strom wieder. Dann auch wieder hier. Auch wieder hier. Muss ich da jetzt auf den Stoppschild setzen? Wobei ich gerade sehe, hier ist das Stoppschild auch eigentlich für ein Ass. Weil von hier halt wenig kommt. Dann kann das Stoppschild auch weg. Können durchfahren. Voll egal. Okay, wir haben zwei Parks. Vielleicht mache ich noch einen Stadtpark irgendwo hin. Dann hätten wir alle Parks. Aber alles nicht mehr heute. Wir haben jetzt Viertel nach zwölf. Äh, Viertel nach elf. Sorry. Oh, da ist auch ein Ding eingeschlagen. Ein Blitz. Viertel nach elf. Ich möchte jetzt Feierabend machen. Weil ich muss ja morgen auch wieder raus. Das müssen wir hier das ein bisschen umbauen. Machen wir alles das nächste Mal. Hier außen rum bauen. Das müssen wir hier auch außen rum. Das müssen wir nicht die Schiene so in der Straße haben. Ich baue es hier dann auch gleich irgendwie anders. Das müssen wir hier oben drüber kommen. Okay. Und hier oben könnte ich auch ein Dreieck. Eine Autobahn. Dreiecken bauen. Und hier ein bisschen was. Auch wie hier unten so ein kleines Dörfchen. Aber nicht mehr heute. Nicht mehr heute. Wirklich nicht mehr heute. Plan ist dann hier Autobahnkreuz für die Insel. Für hier hoch. Für die Insel. Dann können wir auf die Insel gehen. Auf die Insel gehen. Auf die Insel gehen. Und hier hinten dann alles beenden lassen. Oh ja. Da können wir echt hier so rum. Dann hier so rum. Da können wir echt ein bisschen was abgeruhigstücken. Und auch hier. Und von da könnten wir rein theoretisch hier hin. Können wir hier vielleicht noch irgendwo eine Fähre. Wie kommt die eigentlich hier durch? Eine Fähre hinpacken. Vielleicht noch. Dass nicht alles nur hier drauf geht. Aber ich glaube das wird sogar das erste sein. Was ich mache hierher und dann da noch. Sag nochmal zweimal. Lass mir das ein bisschen entlasten. Die eine Zufahrt hier nur. Ich weiß nicht. Echt die Hölle los. Gut wir haben hier das ganze Zeug. Aber muss ja nicht sein. Und vielleicht kleine. Klitzekleine Industriegebiete. Wo dann auch so Zeug wieder wie hier steht. Okay. Aber. Also ein klitzekleines Gebietchen hier. Das ist ein bisschen besorgt. Weil das sehr weit weg ist. Vielleicht mache ich. Hier auf der Insel das. Ich kann dir aber eher auf der Insel. Hier. Da und da. Und hier vielleicht noch. Eine Brücke. Also von da nach da. Eine normale Brücke. Hier könnten wir rein theoretisch auch irgendwo ein Dreieck setzen. Vielleicht hier oben. Genau. Dann machen wir hier die Versorgungsintel. Hier ein Dreieck mit rüber. Das dann auch dahin geht. Dann haben wir noch eine Autobahnanbindung extra. Hier oben. Ja. Können wir doch alles machen. Ich merke mir eh davon fast nichts. Hier speichern. Ich kann euch nicht versprechen. Wann ist. Also ich möchte die Stadt hier übrigens noch ein bisschen weiterspielen. Wann es weiter geht. Kann ich euch leider nicht versprechen. Ähm. Wir laden gleich unsere Stadt. Unser Cold Island. Laden wir. Und legen los. Geht ihr Frischwasser zur Neige? Versorgen sie ihre. Verwenden sie Wassertürme um ihre Stadt zu versorgen. Ich hatte keinen Versprechfehler. Das hast du nur geträumt. Versprechfehler. Ein Versprecher drin. Was ist denn los? Geht auch schon wieder super los heute. So. Und mit dem ganzen Faktorio möchte ich jetzt mal kurz ein bisschen was anderes. Weil ich und Sven haben schon wieder gestern oder heute Nacht eine gute Idee gehabt. Wir starten jetzt aber jetzt nochmal neu. Weil jetzt sagt. Kann Sarah eine. Haben wir Sarah mal die Grundlagen beigebracht. Deshalb wollen wir dann nochmal neu starten. Mit Gegnern und allem drum und dran. Also so halt richtig. Ähm. Ja. Muss ich dann eh. Demnächst alles ready machen. Die Tage. So. Wir sind in unserer Stadt. Die wir ja schon ganz fett haben. Und wenn ich mich nicht täusche. Wollte ich hier. Hier und hier. Und da. Irgendwie so ein bisschen aufbauen. Kann das sein? Entschuldigung. Wollte ich so ein bisschen aufbauen. Und ich wollte ich glaube euch auch hier so rum, da, hier, da, so, hier, da hinten rum, da, her irgendwie. Da war ja ein bisschen was. Ich kann mich da ganz schwach, ganz schwach kann ich mich dran erinnern. Ups. Ich habe mein Mikrofon gehauen. Aber der erste. Genau. Wir wollten von hier denke ich hier her und dann da her. Und da wollte ich ein Kreuz hin platzieren. Also hier will ich ein Kreuz. Vielleicht baue ich erst in die Richtung hier oben auf. Hier so rum auf die Inselchen. Ich glaube das mache ich auch als erstes. So. Dann würde ich sagen Spiel pausieren. Wir gehen auf. Das Ding. Und reißen das Autobahnkreuz ab. Weg damit. Da können viel zu wenig Autos fahren. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg. 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 So. Ein Autobahnkreuz. Autobahnkreuz. Das passt ja gleich perfekt. Was ist denn da los? Ey. Man sieht die Skellern schreit mir schon wieder ins Ohr. Ähm. Das passt doch perfekt. Schau mal her. So. Dann müssen wir es natürlich auch noch anpassen. An höhere Verkehrsdichte. Da kommt eigentlich ein bisschen mehr durch. Voraussichtlich. So. Zack. Upgraden. So. Wir müssen die Autobahn an sich glaube ich noch ganz weit upgraden. Bin ich mir jetzt relativ sicher, dass wir da noch viel upgraden müssen. Weil wir haben sehr viel Grundstücksfläche gekauft. Wenn ich mich sogar recht erinnere, haben wir alles gekauft, oder? Haben wir alles gekauft oder haben wir nicht alles gekauft? Na ist ja egal. Wir graden erstmal alles ab. Schnell mit Schallschutzmauern. So. 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 Sollte erstmal reichen bis hierher. So. Ja. Sollte reichen. Dann. Zack. 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 Hier ebenso. Dann brauchen wir natürlich noch. Würde ich sagen erstmal normal. Hier mache ich vielleicht schon Kreisverkehr rein. Aber hier wollen wir ja auch ein bisschen hinbauen. Hier oben wollen wir hinbauen. Da wollen wir hinbauen. Da. Das wird ein bisschen tricky. Ein bisschen. Mal gucken wie ich es mache. Bis jetzt haben wir ja immer alles hinbekommen. Da kriegen wir das doch auch hin. Da bekommen wir das auch hin. Zack. Schau mal. Ja. Peng. So. Ähm. Immer einen oben liegenden Kreisverkehr gemacht. Genau. Auf der Autobahn drauf. Ein Kreisverkehr. Äh. Großer Kreisverkehr hier. Großen Kreisverkehr. Sonst wird das doch nix. Einmal drehen. Äh. Äh. Drehen. 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 Perfekt. Dann drehen wir mal kurz unsere Ansicht. Weil ich will hier weiter bauen. Machen wir mal bis da. Machen wir mal kurz gucken. Ich baue jetzt erstmal würde ich sagen die ganze Stadt fertig. Also erstmal die Autobahnlinie komplett fertig. Achso. Wir können die Zeit wieder laufen lassen. Ich hätte gern eine Kurve. Wobei hier könnten wir noch gerade rüber gehen. Wenn wir hier noch gerade rüber gehen. so. Bis da. Und dann machen wir hier. So. Wenn wir hier so einigermaßen mittig durchkommen. Schaut gut aus. Hier will ich dann daher. Circa. Aber hier will ich auf jeden Fall daher. Aber natürlich nicht so gerade. Es schaut doof aus. Wenn wir hier nämlich schon ein bisschen den Winkel reingeben. Vielleicht nicht so weit. So. Ein bisschen den Winkel reingeben. Hier dann müssen wir daher. Auf der kleinen Insel glaube ich wird es schwer. Dann daher. Dann hierher. Und da dran vorbei. Nämlich. So. Dann bauen wir mal bis da. Dann machen wir mal bis mal mehr Winkel geben. Hier? Nee. Den Winkel eher. Da den Winkel? Ja. Ja. Schon so. Und so einige Phasen. Dann machen wir mal bis mal. Dann machen wir mal bis hin. Dann machen wir mal bis hin. Oh? Winkel da her. So. Nein. Das war zu weit, Winkel. So. Ja gut, hier könnten wir eigentlich ziemlich gerade her gehen. So, das ist nämlich auch sehr gerade geworden. Da. Ah, schaut doch gut aus, ha? Schaut doch gut aus. Komm mal her. Komm mal so. Wenn ich da hin will. Dann will ich da hin. Ja. Hat geklappt einigermaßen. Ah gut, das Eck hier stört mich ein bisschen, aber naja. Ist jetzt so. Auch mal Pech gehabt. So, ich habe keine Ahnung, ob ich da ein Auto war. Also ein Kreuz auf keinen Fall. Weil wir fahren ja nirgends mehr hin. Wir könnten höchstens hier die Verbindung. Und ja doch, das machen wir auch. Okay, tschüss Autobahn. Tschüss Zug erst mal. Ich muss ich aber dann wieder bauen. Ich glaube nicht, dass ich da schon ein Kreuz rein kriege. Ne, natürlich nicht. Da kriegen wir aber eins rein. Ey, stopp. Warum ist das ganze Kreuz so hoch? Nein. Die Autobahn hier ist aber ebenerdig. Wo ist das Kreuz da hin? In der Höhe. So, da können wir es hin tun. Ähm, dann gehen wir wieder auf Autobahn. Äh, zack. Ja gut, da brauchen wir kein Ding. So. Hier auch noch die Verbindung schaffen. Oder wann Kreuz wieder angeschlossen ist. Wir können die Pause raus machen. Denn jetzt raten wir erst mal unsere, unser Kreuz ab. Ich hoffe, das geht. So easy, wie ich es mir gerade hoffe, vorstelle, etc. Weil wir nämlich, äh, ziemlich auf dem, na gut, hier kann ich wieder nicht. Na, danke, Spiel. Weil wir ziemlich auf dem, äh, Wasser sind. So halb. Einfach mal probieren. Werden wir ja gleich sehen, ob das klappt oder nicht. So. Das Stückchen noch. Dann muss ich nämlich von da nach da immer rüber. Schaut auf jeden Fall interessant aus. Aber hat funktioniert. Äh, boah. Riecht denn das jetzt? Oh. Nein. Ich muss mal kurz die Snap Points ausmachen. Danke. Weil die haben mich gerade wieder ein bisschen genervt. Dann würde ich nicht hier noch rangehen. Pass auf. Dann gehen wir nicht hier noch ran. Habe ich auch wieder die Boile da drin. Äh. Passt. Dann sind wir hier an das Insel hier noch rangegangen. Einfach um den Verkehrsfluss ein bisschen noch ein bisschen zu tauschen. Vielleicht fahren dann manche hier rum und gehen da hin. Wäre vielleicht ganz schön. Aber warte mal. Stimmt. Dann machen wir das hier nämlich so. Stimmt. Das könnte ja auch noch sein, dass das manche Leute machen könnten. Nicht hier. 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 Das will wieder nicht so. Ach, guck mal hier. Ich drehe mal kurz. So. Dann könnte ich nämlich hier. Vielleicht da rangehen, ha? Was ist bereits belegt. Ja, weil das so ein scheiß, äh, weil das so eine scheiß Brücke geworden ist. Komm, dann mache ich mal kurz Pause. Wir reißen die Brücke kurz ab. Dann ist das Stückchen hier. Gehen. Vielleicht ohne Brücke da ran. Die Bälle ist zu steil. Willst du mich verarschen? Da war doch grad. Warum hat er denn so eine Beute reingemacht? Bin doch keiner. Das wäre die richtige Höhe, oder? Ah, nicht ganz. Ich bräuchte genau was dazwischen. Die Bälle ist zu steil. Fick dich. Wenn ich erstmal das Ding ein bisschen lege. Kann mir einer erklären, warum das so abhaut? So. So. Damit dann eigentlich keine Brücke dran. Und können da ran gehen. Haha. Hab, glaub ich, hab ich das noch ein bisschen optimiert. Ein bisschen. Nicht viel optimiert, aber so ein bisschen. Denk ich dann. Hoffe ich dann. Wünsch ich mir. Bitte, bitte spiel. So. Ähm. Wir müssen hier. Vielleicht da nochmal einen Schluck abreißen. Und da nochmal einen Schluck. Weil wir ja da jetzt eine Brücke haben. Also so Brückendinger sind echt ab und zu echt hartnervig. Weißt du, wüsst doch. Okay, Mietz. Alles okay. Wüsste jetzt auch nicht, wie ich die, äh. Ausschalten kann. Natürlich ist die Brücke im Weg. Boah. Das ist das, was ich sag. Es ist hartnervig. So, warte mal. Scheiß Brücke. Tschüss. Tschüss. Hallo. Lass dich anklicken. Eieieiei. 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 Äh. Straße. Autobahn. Macht halt immer automatisch eine Brücke dahin. Außer du platzierst es so nach und nach. Schau mal, wo der hin will. Guck mal. Was für Beule der... Macht der so eine Beule dahin. Okay, jetzt könnten wir mit Glück unsere Schiene legen. So geht's. Ich war das Gefälle ja. Okay, wenn wir jetzt zwei hochgehen, geht's auf jeden Fall, denke ich. Wir gehen mal drei hoch. Wir gehen mal auch so auf Nummer 60. Ja. Ja. So, dann ist unsere Zugverbindung auch wieder komplett. Danke. Danke, Spi. Danke. Ähm, gut. Das wäre jetzt unser Neubaugebiet, würde ich mal behaupten. Es ist größer geworden als erwartet. Wobei, es ist nicht viel Fläche immer auf einem Stück. Aber es geht. So, Zeit können wir wieder laufen lassen. Dann gehen wir hier und setzen gleich über ein paar Kreisverkehre. Überlege, ob ich da vielleicht noch ein Dreieck reinmache. Hier ist echt Stau. Hier ist echt Stau. Tja, dann bauen wir doch hier auch mal ein Kreuz hin, in dem größeren Stil. Okay. Ah, das hasse ich mir jetzt, wenn der irgendwo ansnappen will. Und es dann so ein bisschen zickig ist dabei. So, ähm, dann haben wir hier nämlich auch ein Kreuz im größeren Stil. Ich weiß nicht, was ich gerade abgerissen habe. Ich glaube, es war nur ein Baum. Ja, es war ein Baum. Es waren Bäume. So, da la. Ach so, erstmal aufrüsten. Die Autobahn, die haben wir eh noch weiter aufrüsten müssen. Mein Handy hat gerade vibriert. So, ich hab's nicht. Points, warten wir alle aus. Nichts gibt's da, das ist bereits belegt. Da soll was hier gebaut werden, Mensch. Ich will nur ein Kreis bauen. So. Denk ich jetzt, oder? Was machst du? Hey. Mietz. Mietz. Was machst du? Du bist mit mir kuscheln, hä? Du liegst ganz komisch da. Ist doch nicht bequem. Hey, das ist doch nicht bequem, oder? Hey. Das kann doch nie im Leben bequem sein. Was du da machst. So, wir rüsten. Die Autobahn jetzt auf. Das kann doch nicht bequem sein. Das kann doch nicht bequem sein. Das kann doch nicht bequem sein.